Wer zahlt die Kosten für die Beseitigung von Abfällen? Was ist das Verursacherprinzip? Mit diesem Themenkomplex hat er sich jüngst der Europäische Gerichtshof zu beschäftigen und über dessen Lösung wollen wir in dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht kurz berichten. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Wir alle wissen, dass die Entsorgung von Abfall etwas kostet, zahlen wir doch alle regelmäßig unsere Müllgebühren. Ein Sachverhalt aus Italien landete kürzlich in diesem Zusammenhang vor dem Europäischen Gerichtshof ausgehend von einem eigentlich zivilrechtlichen Schiedsverfahren, war die Frage zu klären, wer denn, wenn sich durch eine Änderung einer Richtlinie Mehrkosten ergeben, vereinfacht ausgedrückt, für diese Kosten aufzukommen hat. Die Antwort des Europäischen Gerichtshofs ist wenig überraschend, doch relativ eindeutig ausgefallen. Er sagt, das europäische Abfallrecht folgt dem Verursacherprinzip, das heißt, der, der den Abfall verursacht, soll auch die Kosten tragen. Wenn jetzt, so wie im konkreten Fall die Kommune Rom, dort hat sich der Sachverhalt zugetragen, Gebühren einnimmt, also die Kosten von den Abfallverursachern zu sich zieht, möchte man gleichsam sagen, dann trägt auch diese Kommune dann letztlich die, im konkreten Fall, Mehrkosten, die im Zusammenhang mit der Deponierung angefallen waren. Wie sich der jeweilige Mitgliedstaat das Ganze innerstaatlich organisiert, ob das Gebührenmodelle sind, wie die Kosten dann letztlich vom eigentlichen Verursacher hin zu demjenigen, der die Verwertung oder die Beseitigung des Abfalles besorgt, kommen, da sagt der Europäische Gerichtshof, da kann sich das jeder Mitgliedstaat letztlich alleine aussuchen. Im konkreten Fall hat das dann zu dem Ergebnis geführt oder zu dem Auftrag des Europäischen Gerichtshofs, das unterbrochene innerstaatliche Verfahren muss jetzt noch fortgesetzt werden, dass wenn eben durch eine Richtlinienänderung nicht mehr die Kosten für die nächsten zehn Jahre für die Deponierung von Abfällen gedeckt sind, sondern für die nächsten 30 Jahre zu decken sind, dann muss die Kommune im konkreten Fall auch für diese Kosten gerade stehen. Im Rechtsstreit, im konkreten Ausgangsrechtsstreit in Italien wird daher dann das nationale Gericht zu prüfen haben, wie die vertraglichen Vereinbarungen zwischen Rom und dem Betreiber sind, dass das auch gewährleistet ist.